Engelbert Strauss, Europas führende Marke für Berufsbekleidung. Strauss hat den Stil einer ganzen Branche, eines ganzen Lifestyles geprägt. Unsere Kunden? Meister und Macher. Strauss Works. Handwerkerkult. Die Strauss-Arbeitshose ist ikonisch und gibt's in mehr als 80 Größen. Das intelligente Taschendesign ist sozusagen die Benutzeroberfläche des Handwerkers. Das nächste Level. Mit dem Cargo-Konfigurator entscheidet der Träger künftig selbst. Wie er die Taschenmodule gestaltet und anordnet. Ganz eng damit verwoben. Das modulare Tool-Konzept. Das ist eine Fusion aus Tool und Textil. Der Werkzeugkasten zum Anziehen. Das Smartphone oder den brandneuen Strauss-Powerschrauber zieht es künftig magnetisch ans Textil. Strauss gibt Profil. Wir haben rund 300 Schuhmodelle in 11 Sicherheitsklassen. Perfekte Passform und Utility für jeden Einsatzbereich. Der Auftritt? Immer kontemporär. Wir kombinieren sportlichen Zeitgeist mit maximaler Sicherheit. Besonderer Clou bei Strauss? Das passgenaue Paket von Kopf bis Fuß. Bis hin zur individuellen Sohle in Firmenfarbe. Möglich macht's unser operatives Setup. Von Stückzahl 1 bis 100.000. Strauss bildet die ganze Range ab. Wir fertigen weltweit. Besonders wichtig dabei ist Südostasien. Der neuste Meilenstein. Die CI Factory Chattergram. Unser neuer Campus im Reißfeld bringt zwei große Vorteile. Mit der Kleinserienfertigung können wir künftig Sonderserien in jeder Stückzahl liefern. Und was die Entwicklung angeht? Wir arbeiten an der Next Level Workwear. Stoffe schweißen mit Ultraschall. Automatisierte digitale Schnitterstellung. Tüfteln an neuartigen Taschenkonstruktionen. Zusammen mit der CI in Schlüchtern bildet die CI Chattergram ein starkes Produktionstandem. Hier Prototyping, dort Customizing in Kleinserie. In Deutschland sind wir nah am Kunden. In Bangladesch sind wir nah an der Großproduktion. Sogar Stoffe und Komponenten werden hier gefertigt. Der gesamte Prozess von der Baumwolle bis zur Hose also. Die Zukunft der Workwear wird hochtechnologisch und hochindividuell. Strauss Works